So, it's good in general and I do want to do it 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 Ich geh mal davon aus Verklemmt! Der Betriebsanleitungswege und lädt dieses Ventil im Fluss von stabilisierenden Flüssigkeiten in die Kammer Da lass ich was? Ich hab's nicht durchgelesen. Da lass ich besser meine Finger davon Tissississississ Betriebsanleitung für die Sicherheitskammer. Wie man instabile Substanz mit stabilisierenden Flüssigkeiten kontrolliert. Alles der 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 So was wieder ekliges Und dieses Viech, das kann man da draußen immer noch rum oder was? Witzig. Egal was es ist, es ist kaputt Substanzbehälter Oh, wir kommen von der anderen Seite Mit den Infizierten gehe ich keine Risiken ein. Es muss einen anderen Weg geben Merkwürdiges Artefakt Ah ja, ich bin schon ein kleiner Scherzgex So, was war hier? Diagnostik.exe Das Notfallsicherheitsprotokoll aktiviert die letzte Stufe des Archaikums-Sicherheitssystems Das zum Schutz aller verbliebenen Menschen entworfen wurde Möchten sie... Ja Entscheidend? Ähm Weiß ich nicht Keine Ahnung Eine robust aussehende Notfalltür Anscheinend gibt es kein Schloss oder irgendwelche Knöpfe Ja, wahrscheinlich müsst ihr das anmachen Und was ist hier? Äh, bei... Kann man die Substanzen... Ah 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 Interessant Ah, und die... Äh Oh, okay, okay Okay, okay, okay Aha, ah Und ich gehe davon aus Dass Ja Okay, ich glaube, das war es erst mal nicht, würde ich sagen Äh Ach so Ah, okay Jetzt halt Ah Ah, okay Okay Jetzt halt Natürlich Wiedespiel Wie man es richtig schön kennt von den Automaten Wo man sein Geld eigentlich nur verliert So Okay Okay Did it 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 Okay Push the button Oh Warte, ich glaube, wir müssen das Ding wieder hochholen, oder? Ah Ich habe die Substanz Ich sollte einen neuen Ausgang suchen Bitte Ich könnte lernen, damit zu leben Vielleicht ist es gar nicht so schlecht Wir könnten WG-Kumpel sein Wir könnten uns abwechselnd an den Steuer setzen Überleg dir einfach, was du da tust Ja, ja, ist okay Das ist alles eh klar Hoppala Das ist ziemlich penetrant, das finde ich, gell Aber ich glaube, jetzt können wir es starten Gibt es einen Notfall? Ja Sprechen sie die Wahrheit? Nein Das Ich entschuldige mich Witzig Witzig Gut, haben sie den Notfall ausgelöst? Nein Ist der Notfall symbolisch oder echt? Ein symbolischer Notfall könnte beispielsweise mangelnder Kaffee Ein echter Notfall könnte sich auf Fleisch fressen Oh ja Äh Wortgetreu Hervorragend Ihr Szenario entspricht den erforderlichen Bedingungen Zur Aktivierung des Notfallsicherheits Möchten sie das Notfallsicherheitsprodukt aktivieren? Ja Verdammt Alter, wenn ich jetzt was Falsches mache Entschuldigung Da Sich die Einrichtungsszeit im Notfall zu verwirrt Kann das Hä? Ja Wie bitte? Okay Gibt es einen Notfall? Ja Sprechen sie die Wahrheit Ja Gut Gut, haben sie den Notfall? Ja Ich entschuldige mich Ja 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 Nein Symbolisch Ja Gibt es einen Notfall? Nein Ersprechen sie die Wahrheit Ja, natürlich Gut Haben sie den Notfall ausgelöst? Nein Ist der Notfall symbolisch? Wortgetreu Hervorragend Möchten sie aktivieren? Möchten sie aktivieren? Was? Was? Wie bitte? Was ist los? Okay Heilige Ver... Kackte Scheiße Meine Fresse Oh Oh Ich hab keine Ahnung Es war Termination 22 Minuten Hä? Wie wird's? Wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Okay Ja 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 Haben sie... Nein Ist der Notfall symbolisch? Wortgetreu? Hervorragend Ja Entschuldigung, dass ich... Ach, Kacke Okay Ich bin raus hier Was zum Teufel? Was zum Teufel? Okay Oh, 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 oh Ich hab keine Ahnung Ich seh gar nichts Ich seh gar nichts Ich seh... Naja doch Ich seh schon was Muss ich hier was drücken Ah, ja, cool Na, ha, ha Äh Okay Termination In... Einer Minute Das ist aber So Und wo jetzt? Hier hin? Mit der Substanz in der Hand War ich kurz davor Mich von der Seuche Zu heilen Wenn das getan war Hoffte ich Das Turing-Gaid Zu kontaktieren Wie es auch Mein Vater getan hatte Das Turing-Gaid Ich musste wissen Wo mitziehen Einfach zu Aufgabe bewegt hat Ich musste Die ganze am Ende bereiten Ich weiß, was du denkst Ich glaube, dass du einen Weg gefunden hast Wie du mich vernichten kannst Nein Ich nehme dich mit Nö Nö Kein Interesse Was zum Teufel Okay Ok Ich glaube, im Extermination Room. Extermination Room. Hä? Was ist? Nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, 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 nein. Wie bitte? Ja, wohl ein Scherz, oder? Hä? So, danke. Wo ist dieser Sch... Bin ich ja jetzt eigentlich bescheuert? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Wo ist mir denn schon jetzt, dieses Drecksviech? Extermination Room. Gottes Willen! Meine Güte! Ernsthaft? Bin ich jetzt richtig? Bin ich jetzt... So, hier wären wir also, die Endstation. Keine Goldöhr, keine Danke für die Unterhaltung, Clarence. Gar nichts. Nur ein Trag und ein großes, du kannst mich malen. Hört sich gut an. Hört sich ziemlich gut an. Was für eine tolle Zeit. Einige Notizen mit seltsam chemischen Formeln. Ich fürchte, komplexe medizinische Präparate gehören nicht zu meinen Stärken. Ah ja. Sehr schön. Na dann gucken wir mal, was wir haben. Ganz viel Stickstoff. Wow. Stickstoff. Das ist gut. Und Batterien. Weil wir ja davon wenig haben. Und wieder eine... Sie, sie Teil des Prozesses. Sie übernehmen mich. Versiege mich im Inneren, damit der Virus wachsen kann. Sie unterteilen meinen Verstand. Stellen mich zur Seite, damit er mich übernehmen kann. Sie sperren mich ein. Scheint nicht zu funktionieren. Tja, scheiße, ne? Hallo? Da hat jemand geblutet. Da hatte jemand seine Etage. Ich glaube, der Stuhl hat einfach geblutet. Was? Okay, hier ist nichts. Anscheinend wollte jemand sicher gehen, dass der Speicherinhalt des Computers geheim bleibt. Das ist aber schön. Da freue ich mich aber. Ein Gitter, das den Lüftungsschacht verdeckt. Aha. Oh, da ist was. Jod. Ah, wir sammeln jetzt die ganzen Teile. Davon haben wir sch... Aber ich zum Beispiel... Also, nicht zum Beispiel. Davon haben wir doch was gelesen, oder? War da nicht schon irgendwas? Ah, boah, ist das mies versteckt. Weißt du, all diesen Drogen, am Ende steht bestimmt eine dicke, fette Nadel. Das wäre genug, um einen Mann aus den Schuhen zu ledern. Da ist nichts Panikes dran. Fangen wir aber nichts dabei ein. Ein Virus ist für jedermann ausreichend. Hä? Sie ist von der anderen Seite blockiert? Das bedeutet... Das bedeutet... Das bedeutet... Ein Kalender von 2000. Der dritte März ist markiert. Tja, was bedeutet das? Was bedeutet denn das wohl? Ein ziemlich gewöhnliches und unbeindruckendes Land. Hier passt nichts richtig rein. Ein altes, vergammeltes Regal. Ja, ja. Man kann auch alles negativ sehen. Zum Glück haben wir unsere Säge. Ah, ja. Perfekt. Zu groß. Das muss einen anderen Weg in den Lüftungsschacht geben. Ich habe doch eine Säge, ne? Nein, das geht nicht. Schade. Ah, schade, schade. Nö. Nö. Einfach nö. Einfach nö. Naja. Bevor wir jetzt hier... weiter suchen... Machen wir ganzes Pause. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich halte den Gefallen. Ich freue mich wieder beim nächsten Mal wieder bei Penumbra. Black, black. Mit mir dabei seid. Mein Haus war die nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.